Moin, wir sind Henning und Marius von Schulsportwelt und wir sind heute beim Beach-Handball-Dreh in Herrenhausen. Wir begleiten heute einen Sportlehrer, der sich eben nicht nur in der Schule engagiert, sondern auch privat als Beach-Handball-Organisator. Wir wollen euch heute einmal zeigen, wie so ein Drehtag aussieht und was man da so alles erlebt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.